Da sind wir wieder zu Tomb Raider, bei der Sicht. Und dann geht's Hopsi-Ropsi-Rops. Aber ich muss mich hier rüberhangeln. Wie ein Power Ranger. So. Im Prinzip müssen wir jetzt hier hochklettern. Das habe ich schon mal verstanden. Aber wenn sie fünf Jahre braucht, dann ist das auch scheiße. Ja, aber so geht's ja. Das schaffst du. Haben wir so viel geschafft. Bis hierhin mussten wir untätig. Oh nein. Menschen umbringen, wollte ich schon sagen. Das ist nur eine Leiter. Die kann man neu bauen. Hangel dich hinauf. Och je. Das hatten wir. Was machen Sachen? Ich liebe die Qualität grad. Das ist aber ein Böser. Das ist ein Rabentag. Dann bin ich ja die Raben, Mutter. Kletter hinauf, wie der Wind. Und zwar geschwind. Und da sind wir unten. Oh, da klammert sie sich oben. Hat sie es geschafft? Ist sie oben angekommen, endlich? Alter, ist das eine Aussicht. Da unten raus. Das ist aber tief. Fall nicht runter. Noch ein Stückchen. Du hast es bald. Kletter, 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 kletter. Los, 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 los. Und jetzt musst du jumpen, Alter. Ich hätte so Schiss, ne? Wäre ich selber da. Oh Gott, oh Gott. Pass bloß auf. Ach, das hätten wir. Ich bin jetzt soweit. Okay. Der Turm müsste das Signal des Senders verstärken. Okay. Gut, such den Notkanal. Und warte auf ein klares Funksignal, bevor du den Notrufer absendest. Hey. Wir drücken hier unten die Daumen so fest wir können. Danke. Muss ich hier einstellen? Radio. Ganz vorsichtig. Ich habe ein Signal. Wir sind auf einer Insel im Drachendreieck gestrandet. Wir brauchen Hilfe und auch Medizin. Bitte antworten. Komm schon. Komm schon. Mayday. Mayday. Hier spricht Lara Croft von der Endurance. Wir sind auf einer Insel im Drachendreieck gestrandet. Wir suchen seit dem Notsignal Ihres Schiffes nach Ihnen. Hatten kaum noch Ordnung. Wir auch nicht. Wir können Sie ungefähr orten. Kriegen wir ein visuelles Signal? Mir fällt schon was ein. Wir nehmen Kurs auf Sie. Out. Ja, Lara Croft, du bist meine Heldin. Hey, hat Ray Hess gerade tatsächlich gelächelt? Gut. Ein Signal. Ja. Ein Feuer. Benzin, Flammen. Das kriege ich hin. Wir haben ein Signal. Einfach. Sie. Was entfachen Sie? Ein Signalfeuer. Das hätten wir geschafft. Was muss ich denn jetzt hier suchen? Treibstofftanks. Hier liegt ein Toter. Sie scheint aber schon länger tot zu sein. Das sieht mir hier gar nicht gut aus. Was habe ich denn da gefunden? Feuerstahl. Neue Ausrüstung erhalten. Oh yeah. So sollte es gehen. Halte, um ein Gefackel zu entzünden. Das ist doch mal schön. Aber was soll ich denn machen? Ich glaube, ich soll das hier aufbrechen. Das ist schon mal klar. Bam. Oh, jetzt fließt hier Öl hin. Und damit kann ich sicher jetzt das tolle Dings entzünden, ne? Und es brennt. Ich sollte, glaube ich, weggehen, ne? Tschüssi. Was habe ich jetzt getan? Da ist es. Es war mir so klar. Ah, 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 ah. Fuck, fuck. Rutsch, schneller. Rutsch weg. Oh, oh, oh. What the fuck? Oh, Gott. Oh. Nein, 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 nein. Ach du Scheiße. Wir leben noch. Autsch. Autsch. Oh, jetzt kommt da noch ein Teil, ne? Nein. Haha. Gottlike. Ja, ne? Da hatten wir so ein Signal, aber es ist mir das Flugzeug abgestürzt. Na, geile Scheiße. Das war doch klar. Modell freigeschaltet. Da ist ein Soldat. Wir retten ihn. Hoppla. Die Gebäude sind sehr baufällig, würde ich mal so sagen. Einfach weiter. Einfach springen. Hauptsache nicht abstürzeln. Hopps. Wir springen hier einfach gerade wie so ein Weltmeister. Und rüber ins Trapez. Los, 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 los. Oh, yeah. Ja, die ganzen Häuser stürzen hier gerade ein. Das mache ich doch toll, ne? Ach, Mann, ey. Stürzen wir jetzt mit ein? Oder finden wir jetzt gleich einen Soldaten, der abgestürzt ist? Oder den Menschen? Nein! Die Wichser. Na toll, jetzt haben die ihn getötet. So ein Arschgeigenopfer. Na, klasse. Den looten wir auch nochmal. Ist der hier tot, oder was? Ja, geile Scheiße. Dann denke ich mal, da habe ich da hier einen Kollegen gefunden, der hier mit mir kuscheln möchte. Und dann ist der tot. Ist ja nicht so nett. Noch nichts Neues. Wir düsen ab. Wir gehen weiter und sind weg. Dieser Sturm. Er kann aus dem Nichts. Die Wolken haben das Flugzeug eingehüllt. Lara, hör zu. Ich habe den Absturz gesehen. Du musst also in meiner Nähe sein. Komm einfach nur zu mir. Okay. Ich bin ja dabei. Ich bin ja dabei. Stoßen sie vor zu Ross. Ja, bin ich ja. Möchte ich ja gern. Aber das ist halt alles. Oh Gott. Na, klasse. Hier drüben. Schließt um unter Planckes. Lass mich bloß in Ruhe. Bleib weg von mir. Ja, ich lebe noch. Oh Gott, oh Gott. Was haben wir hier beschossen? Seil, neue Ausrüstung erhalten. Seil. Lass mich schraten. Jetzt kann ich einen auch hier mit Seil da hinschießen und hochklettern machen. Oh yeah. Jetzt kann ich hier alles voll kaputt machen. Und nochmal ziehen hier. Hopp, hopp, hopp. Muss alles kaputt gehen. Die treffen mich eh nicht. Die sind voll dumm. Aber der ja. So ist es. Mach deine Seil-Attacke. Ist er jetzt tot? Nö. Ist er jetzt tot? Ja. Kann ich jetzt die Sachen, die... Anscheinend. Kann ich jetzt die Sachen, die Seile haben, voll konkret kaputt machen. Also so zu mir hinziehen und so ein Scheiß. Holst du erst mal die Kiste. So, was hätten wir denn da noch? Das hätten wir. Können wir das jetzt auch runterziehen? Ja, ne? Toll. Können wir jetzt hier ran? Ja. So muss das sein. Das ist prima. Wie war Tom Bride? Könnte, muss aber nicht. Warum ist das eine Plattform? Das ist aber nicht viel bringt. Naja. Wir sehen uns dann im nächsten Port wieder zu Tom Bride. Nochmal das hier kaputt. Aber du weißt, es kann. Ist lustig. Oder halt so. Dumm, 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 bam, 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 bam. Tom Bride. Na, endlich bin ich ja daran gekauft. Aber ich sag halt Tom Bride, weil das Spiel so heißen. Ach, da müssen wir rein. Ja, 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 ja. Aber erst im nächsten Part. Bis dann. Tschüss.